Ja, Thomas? Ja, Thomas? Ja, Thomas? Ja, ja. Habe ich ja vor! Ja, lass mal den Test. Ja. Wir haben den Spielen, dass die Ersatzspieler alle bei sich... Hey, nicht den Gemüste! Komm, rüber! Vor! Schöne Spiele! Schöne Spiele! Wendlinie! Ja! Jetzt kommt er! Stark, Junge! Gut! Ja, die kommt! Tauber, Tobi! Ja! Hingehen! Tauber, Thomas! Ulle! Hey! Rechts rüber! Sober, Bubi! Komm, Benni, komm, Benni! Hallo, Mann, vor! Alle! Komm, Benni! Komm! 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 Komm, Benni! Komm! Ja! Aber schön geholt! Sehr gut! Genau! Sehr gut! Und wieder rüber! Jonas kommt weg! Ja! Tuckeln zu hören! Wo ben läuft mit! Komm, Dorf! Tauber! Ja, Schlam! Weiter, weiter! Abseits auch passen! Benni, Jonas! Ja! Kör! Weiter! Bring rein! Jawohl! Rutsche! 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 Komm, Benni! Mann! Schieße! Rutsche! Zieh ab! Komm! Jawohl! Ficke! Schön, Mann! Glaub her! Ich meine... Roter Ball! Erster Kopfball! Ja, Scholl! Ich hab das doch schon richtig gut gemacht! Ich hab wieder einer Trauer! Nimm mal ein... Adios! Rutsche! Abschluss suchen, Junge! Scholl! Ja, schön! Wir kommen in ging! Schön gespielt. Rolle, aufs Tor! Schieß, schieß! Bravo! Hier war aber schön gespielt. Schön rufen! Ganz stark, Ruven! Tempo, 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 komm! Niko ist in der Mitte! Schön gespielt. Schade, Max! Wie fehlen heute so viele Leute? Ja, da fehlen einige. Aber trotzdem machen die das schon ganz gut hier für das erste Spiel. Oh! 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 Irgendwann los, Max! Durch! Rechts! In der Mitte! Nein! Egal, gut gespielt, Max! Das ist immer so. Schade! Ja! Schön, Christian! Wenn er den durchgespielt! Schade! Schön, Christian! Wenn er den durchgespielt! Schön! Schade! Mehr oder weniger! Ja! Wenn er wirklich schnellstermaßen ist, ist das natürlich gefährlich, ne? Ja! Rechts! Jetzt, jetzt, jetzt! Schieß hin, schieß hin, ja! Komm, Christian! Den musst du machen, Junge! Den musst du machen jetzt! Der ist hier mit neben drin! Ja! Den haben wir auch gut gemacht! Brauchst du dem das nicht zu? Das war nix! Komm! Der Arm war nie angelegt! Das ist leiser. Kannst du wirklich machen! Schöne Loko! Komm, ab, Lukas! Komm! Dann ist rechts raus! Ganz rechts! Außen, außen, außen! Mach allein! Komm, komm! Nee, der ist zu spitz! Ja! 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 Na, da haben sie ein bisschen hingeguckt! Oh! Gut, dass die so blind sind! Gut, dass die nicht... Aber die habe ich noch richtig schön abgezogen! Wollte ich das mal erzählen? Ja, ja, erzähl! Soma, Benni! Soma, Benni! Soma, Benni! Guck mal, Holen! Oko, S! Ja, mach ich dich! Der Schiri muss die richtig verachten! Komm mal, Marius! Einer kommt leider raus! Schön, Lukas! Lens! Links! Oko, links! Mach zu viel alleine! Komm, Max! Das ist das andere links! Ja, der muss halt fast zu lange sein, fast zu lange sein! Dann müssen wir häufiger zum Training kommen. Gerade sehr gut gespielt, Jungs! Das ist eine Verletzungsgefahr aus mangelnder Koordination und mangelnder Kondition. Schön, Felix! Der hat drauf gelauert, der war heiß drauf. Guck, nach vorne! Guck, nach vorne! Guck, nach vorne!